Hallo und herzlich willkommen in meinem kleinen aber feinen GameStore. Wie kann ich dir denn helfen? Nach was suchst du? Ja genau, wir verkaufen hier. Angefangen von Spielen bis hin zu Konsolen, also haben wir da, darf es eine bestimmte sein? Die Nintendo Switch? Ok. Hast du Interesse an der Light oder an der normalen? Ok. Ja, ich schau mal schnell, was ich im Lager habe. Ich denke es ist nicht der erste Laden, wo du hier reinfragst, oder? Ja, im Moment ist da ein bisschen ein Lieferungsproblem, muss ich ehrlich sagen, da wir auch sehr wenig Exemplare nachbekommen haben. Aber ich schau gleich mal rein, normalerweise müssten wir genug da haben. Also, wir hätten die Nintendo Switch Lite in Corrale. Die kostet 290, die Switch Lite. Die Nintendo Switch Lite Grey. Die Nintendo Switch Lite Türkis. Die Nintendo Switch Lite Yellow. Die Nintendo Switch mit nierenrot und blauen Fernbedienungen, das ist die normale. Die Nintendo Switch in Grau. Und zwei Exemplare haben wir von der Nintendo Switch Animal Crossing Edition. Also, ich weiß ja nicht, ob du noch einer bestimmten auf der Suche bist, aber diese haben wir hier. Genau, ja. Bei der Nintendo Switch Animal Crossing Edition ist das Spiel dabei. Und zwar ist da so ein Downloadcode dabei. Wenn du willst, kann ich sie gerne mal aus dem Lager holen und du kannst sie anschauen. Gerne. So. Und zwar wäre es hier. So, dass ich es richtig habe. Hier wäre sie. Hier siehst du, aber sie ist auch noch ganz. Also, wie gesagt, wir haben von der Nintendo zwei Stück da. Die haben wir heute neu bekommen. Und wenn du sie haben möchtest, die sind auch nicht reserviert oder so. Also, der Unterschied zwischen der normalen Nintendo Switch und der NMM, der Nintendo Switch Lite ist, dass man bei der normalen Switch, ähm, das Spiel auch auf dem Fernseher spielen kann. Das heißt, wie bei der Wii U oder der normalen Wii, da hat es ja auch Animal Crossing schon gegeben. Das heißt, du kannst es einfach anstecken. Das heißt, du kannst es einfach anstecken. Wie du hier siehst, steckst du das. Dann steckst du es einfach rein, die Konsole in das Gerät, sag ich mal. Und mit einem Kabel verbindest du das. Das ist natürlich auch enthalten. Und mit den zwei Fernbedienungen kannst du dann das spielen. Genau. Ähm, die normale Nintendo Switch ist rot und blau. Es gibt, wie gesagt, auch eine ganz graue. Und diese hier, das ist eine Limited Edition eben, wie du siehst hier mit Animal Crossing, wo, wie gesagt, das Spiel auch schon drinnen ist. Ich kann den Cartoon auch gerne für dich umdrehen. So sieht es aus. Genau, ähm, ich habe auch meinen Nintendo Switch hier. Ich kann dir dann sonst gerne mal ein bisschen was zeigen, dass du dir was vorstellen kannst. Ähm, ich erzähle dir auch gerne ein bisschen was über das Spiel. Also, falls du das nicht ja möchtest, dass du schon Bescheid weißt. Nicht, dass ich ja Sachen ausplaudere, die du selber dann erspielen möchtest. Ähm, wie auch bei anderen, ne, Animal Crossing Spielen, ähm, reist du eben auf eine Stadt, auf die Insel oder in eine Stadt. In diesem Fall auf eine Insel. Ähm, da kannst du am Anfang auswählen, welche Insel du aussuchen möchtest oder du kannst dir aussuchen, welche Insel du haben möchtest. Es gibt vier verschiedene zur Auswahl. Also, der Unterschied darin liegt einfach nur, dass die Flüsse anders gehen, der Strand anders ist und die Erhöhungen anders sind. Genau. Also, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung am Anfang. Da habe ich mir auch ein wenig schwer getan. Weil im Endeffekt kann man das nachher ändern. Genau. Dann kommst du rüber, dann bist du einmal auf so einem Campingplatz sozusagen. Da bekommst du von Tom Luke ein Zelt in die Hand gedrückt. Und zwei andere Bewohner sind auch auf der Insel schon. Bei mir war es in Asorn und in Affe. Genau. Die kann man sich nicht aussuchen, nein. Ähm, genau. Dann kannst du auswählen, wo du dein Zelt platzieren möchtest. Aufpassen. Da, wo du dein Zelt platzierst, steht da dein Haus. Du kannst es da natürlich verschieben nach einer Zeit. Aber vielleicht, dass du das schon mal weißt, es ist auch nur ein Teil von der ganzen Insel verfügbar. Da du die Brücken oder die Erhöhungen, Stiefen selber bauen musst, hast du also nur einen kleinen Teil von der Insel zur Auswahl. Und wenn du jetzt dein Haus zum Beispiel auf eine Erhöhung bauen möchtest, wie ich, musst du leider dein Zelt woanders hinstellen. Und dann einfach, wenn du die Möglichkeit später mal hast im Spiel, dein Haus umsetzen. So habe ich es gemacht. Ähm, was du am Anfang für ein Obst bekommst, ist meines Wissens nach auch Zufall. Wie du weißt, gibt es Pfirsiche. Die habe ich. Kirschen, Äpfel, Orangen und Birnen. Also, da hängt von Glück ab, was du kriegst. Du kannst auf deiner Insel auch Kokosnüsse haben, am Strand anpflanzen, so wie bei den älteren Spielen auch. Die hast du natürlich am Anfang nicht. Was ja auch neu ist, es gibt hier Bambus. Leider habe ich nur keinen. Also, ja, weil ich habe Videos geschaut, wo Leute Bambus ansitzen und auch ernten. Und was hier auch neu ist, du musst hier alles selber bauen oder basteln. Basteln ist, glaube ich, das bessere Wort. Da gibt es eine Werkzeugbank, auf der du als aller erstes mal deine ganzen Werkzeuge herstellst. Angefangen von Schaufel bis hin zu Angel, Kescher, Schleuder, Kieskanne. Was gibt es noch? Ich glaube, ich habe eh alles Axt. Genau. Das musst du alles herstellen. Und, genau, es gibt in diesem Spiel auch ein Flugzeug. Das heißt, du kannst auf verschiedenen Inseln fliegen. Entweder du fliegst zu deiner Freundin oder einem Freund. Das ist auch eine gute Idee, weil wenn du zum Beispiel wie ich Pfirsich hast und deine Freundin Orangen, da kannst du Orangen mitnehmen und ihr bringst du ein paar Pfirsiche vorbei. Oder du kannst auf eine einzelne Insel oder eine Insel fliegen. Wenn du Glück hast, ist da auch ein anderes Obst. Aber das war in meinem Fall jetzt erst einmal und ich bin sicher schon 15 Mal geflogen. Das kostet aber Meilen. Meilen in diesem Spiel sind das nicht nur Sternis, die du sammeln musst oder kannst, sondern auch Meilen. Das kannst du dann aber alles über dein Smartphone abrufen. Genau, das wird aber alles genau erklärt. Und ich zeig dir sonst mal. Ich mach den Karton mal auf. So. So schaut das dann bei dir auch aus. Hier steht dann ein Kot, wo jetzt meine Hand ist. Die gibst du dann einfach ein. Und was auch noch dabei ist, sind diese Handgelenkschlaufen, die was man eben braucht. Wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Spiel spielt, wo man ein bisschen Wälder ist und die Fernbedienung runterfallen kann, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gebraucht. Aber, ja. Nur, dass du Bescheid weißt, etwas gibt es auch. Genau, und wie ihr schon hier gezeigt, das war zum Beispiel du. Das ist deine Werksbank, wo du deine Werkzeuge, deine Möbel erstellst. Hier sind verschiedene Bewohner drauf, was du eben nicht aussuchen kannst. Hier haben wir auch schon die Kokosnussnüsse oder die Palmen. Und hier siehst du zum Beispiel das Flugzeug, mit dem du immer fliegst, wenn du wohin fliegen möchtest. Du kannst deine Freunde besuchen, wie gesagt. Und genau. Und hier siehst du auch noch einmal, was alles in diesem Karton enthalten ist. Ja, also ist alles drinnen. Ja, also ist alles drinnen. Aber ich dachte, da ist es nur noch einmal ein bisschen, wie lange werden wir hier auch nicht sehen. Aber ich dachte, da war eigentlich nicht normalerweise ein bisschen wie wir bei mir auch nicht. Ja. Und hier sieht dann aus. Höchst du auch noch einmal. Und hier sieht ja aus. Ich möchte uns heute noch einmal, weil ich mich das schon mal蒲 scenes挺 gemeint. Aber ich denke, dass du das alles normalerweise ein bisschen genauer, wenn wir ja auch nicht sehen. Gut, dann zeig ich dir aber schon, wie es ausgepackt sozusagen aussieht. Und zwar ist sie hier. So sieht das als gutes Stück aus. Ich nehm sie mal raus. Und zwar, wie ich erklärt habe, ist das die Animal Crossing Edition. Die sieht auch so aus. Also, Tom Nook und seine beiden Söhne sind oben. Ich glaube, Schleppen und Nepp. Ich weiß jetzt nicht genau, wer was ist, aber so heißen sie auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine süße Idee. Genau. Und hinten kannst du das dann einfach aufklappen. Da sieht man eh genau, was wo ist. Was für ein Adapter, ADMI oder was auch immer da raufkommt. Das macht man dann einfach wieder zu. Und hier kommen dann die Kabel raus. Hier steckt man sie rein. Genau. Also, nichts Kompliziertes. Und ich war zu allerersten wenig skeptisch, da ich, wie soll ich sagen, es schon sehr viel Geld ist. Aber meiner Meinung nach lohnt sich. Es gibt natürlich auch andere Spiele für die Nintendo Switch. Die kann ich dir dann gerne mal vorlesen. Das heißt, du kannst da jedes beliebige Spiel spielen, was du möchtest. Ich werde aber gleich nachschauen wegen den Spielen. Das hätte ich dir schon auch zeigen können oder fragen theoretisch. Das sind wirklich total viele. Ich lese dir jetzt einfach einmal ein paar vor. Wie gesagt, angefangen bei Animal Crossing Mario Kart Deluxe. Ich muss sagen, wenn du die Wii U hast und da schon Mario Kart gespielt hast, zahlt es sich, finde ich, nicht aus, dir dieses Mario Kart hier zu kaufen. Da die Strecken oder die Maps, wie auch immer, die Karten ident sind mit den Karten von der Wii U. Und ich finde, es zahlt sich nicht aus, 50 Euro für ein Spiel auszugeben, was man eigentlich schon so daheim hat. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass man zwei Items haben kann. Aber ja, muss man natürlich jeder selber wissen. Super Mario Bros. Super Mario Bros. The Legend of Zelda. Pokémon. Viva 20. Super Mario Party. Ich mag ihn auch immer gern. Mario Tennis. Super Smash Bros. Minecraft. Luigi. Paper Mario. Pokémon schon wieder. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio. Also, da hast du wirklich eine riesengroße Auswahl. Also, ja, wie gesagt, eine riesengroße Auswahl. Das kannst du auch nachher selber durchschauen, wenn du noch willst. League of World zum Beispiel. Ja. Also, da hat man wirklich viel Auswahl. Genau. Und jetzt zeige ich dir dann auch schon die Konsole. Genau. Und zwar sieht sie so aus. Dann spiegelt das ein wenig. Versuche es so zu halten, dass es nicht spiegelt für dich. So. So sieht sie aus. Auf der Rückseite sieht sie so aus. Und genau, wie gesagt, sie in den Farben blau und grün oder mint. Ja, mint werde ich sagen, ja. Und man kann natürlich die Fernbedienungen hinten einfach bei Knopfdruck rausnehmen. Einfach wieder reingehen. Und immer schauen, dass sie ja richtig drin sind. Nicht zu wenig. So, ich schalte sie mal schnell ein. Und zwar sieht das dann so aus. Ich habe zum Beispiel Animal Crossing zum Spielen. Und. Ja, genau. Bevor du natürlich spielst, musst du ein Nintendo Konto machen. Nur, dass du schon Bescheid weißt. Und. Am besten zeige ich dir jetzt noch ein bisschen von dem Spiel was. Wie zeigt er meine Insel? Ich bin aber noch nicht ganz so weit. Ich habe meine erste Zeit. In kurzer Zeit, ich weiß jetzt gar nicht genau. Also nicht da, wo sie rausgekommen ist. Darum bin ich auch nicht so weit wie andere. Aber ich zeige sie ja trotzdem gern. Ich freue mich, dass du dich dafür entschieden hast, die Konsole zu kaufen. Ich habe sie auch schon zur Kasse gebracht. Wir können sehr gern auf unsere Inselbesuchung kommen. Und ja, ich wünsche dir viel 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 Spaß mit deiner Konsole und dem Spiel. Falls du ein neues Spiel brauchst, weißt du, wo du es findest. Bei mir. Ich wünsche dir eine gute, gute Nacht. Erholsame Träume. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald.